und wieder einmal verbeuge ich mich vor euch die leute und sage herzlich willkommen zurück zu dark souls 2 scola of the first sin eine neue folge hier in einer ecke wo es verdammt kalt ist das kann ich euch sagen ich habe hier rum gestanden bin zwar geschützt durch diesen ganzen mauern und die stein und durch das gebäude hier aber hier die tür ist offen und da kommt die kälte so rein ich habe von ganz gefrorene ja 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 dann würde ich euch in dieser folge auch wieder einmal und dann kann es jetzt weitergehen ja so der macht sich groß genau wie letztes mal auch von gerd hier jetzt denkt ihr habt jetzt ein ganz großer aber nein ist er nicht denn auch aus einem großen mache ich einen kleinen oder so oder muss man auch umgekehrt dass ich aus einen kleinen großen da komme zu einem turm hin würde ich mal sagen die verdächtigen nach dem turm aus so und du ja ja warum bist du eigentlich da und er kann auch sein ding ausfahren und ich bin schon wieder so ein pfeil kein gelber pfeil aber ein eis pfeil ja und er hat mich von hinten getroffen fliegen ja heute tief wieder einmal und das noch so eine wird gefährlicher der oder der das ist nicht gut das ist nicht gut zwei zwei auf einen das ist gemein da habe ich nicht umsonst so dann will ich jetzt nur mein finger ein machen also das liegt aber von hinten stecken ja achtung sagt kommt jemand von hinten dann brauche ich auch nicht gewählt hatte ich gedacht aber ich kriege mal arm nicht hoch das ist so kalt hier der so steif da aber gut dort liegt was außer ein körper wie der drama von talisman und habe ich auch den sport hier hier geht es wer weiß wohin wer weiß wohin so hier geht es nun wieder runter nach den Brunnen und da waren wir ja von dann benutzen wir mal diesen Weg hier ja wo kommen wir hier hin zu einer Mauer die ist leider nicht geheim hätte ja sein können ich mag geheime Mauern nur die findet man so schlecht weil die geheimen sind haha das ist ein Tor oh alter was hat der denn für eine Waffe wo laufst du hin ja von hinten ja steckt ihn rein ja das ist doch fein und weg oh Tollwächse ich will auch so eine Waffe wenn man auf dem Boden hau das da noch was hochkommt hier ist die Tür öffnet sich nicht von dieser Seite das heißt jetzt muss ich wieder einen Weg finden der ja ja Parchi ist ein Hebel aber du gehst doch ne einen Weg wenn wir es hin den müssen was abheben Moment fünf Lebensteine immerhin oh hier das wäre da besser wo sie oh kleine und ein großer und hier ach das ist jetzt dann der Tor wo eben der eine hier raus gefeuert hat äh ja Alter da waren noch so viele Kisten im Ernst alles eingefroren naja so gut man äh ja das klappt doch gut von hinten immer wieder oh oh was sehe ich denn da da ist auch eine Mimik eingefroren ich wollte gerade ausbrechen und mitten bei der Bewegung kam irgendwie die Kälte über ihr und flop war sie ach du heilige okay da eine Kiste da eine Kiste da nichts Alter hier ist eine richtige Schatzkammer wenn da nicht noch ein Flakon drin mit Beiß oder sowas da dann weiß ich auch nicht äh oha ich sehe schon ich hatte recht mit den Auftauungen ähm oh der ist noch kälter ein kalter kalter Bruder geh mal irgendwo rein und werd mich mal aufhören äh 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 aua hat es noch gar geklappt man komm hoch so dann würde ich da wieder hinlegen kann alles klar dann kann der schon mal nicht von hinten kommen äh ach da hinten ist das Ding wo ich rausgekommen bin aha und ja ist dann ach so ist das haha alles klar äh ähm ich versuche dich mal was haben wir denn hier für andere Gegner ihr seid nur so ja der haut mal aus da runter das geht ja dann noch ja so ich kann die HMW ich kann wieder von hinten man ist der schöne heute so auch von hinten äh das ist ja und was haben wir denn hier kleine Gegner die ja die einfach nichts können ihr seid nur da oh oder da moment hab da keine ausdauer mehr aber jetzt so ein neben stein und eine kapuze naja lass mich raten hier geht er von der anderen seite abgeschlossen oder sowas ne nur verschlossen dann brauchen wir dafür ja schlüssel oh feuer oh feuer da ist nur feuer da ist nur feuer gut dann also doch da hoch erstmal ach was für eine ruhe wenn manch diesen sturm dann dauernd hört ach ich bin ja so einig die schreit na gut weg mit dir ähm mhm 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 klopp 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 nein klopp 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 gehen wir etwas zurück dann kann man die kirche dann noch besser sehen auch ha ja ist ein langer Weg da ist so ein ja riesen Armbrust ähm ähm äh zu der Zeit wo ich den anderen Gegner noch hatte 15 Prismasteine wow das sieht mir aber irgendwie komisch aus oh das ist doch unsichtbar das ist doch unsichtbar das ist aber au 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 alter alles weg da haut er mir gleich alles weg ey wahnsinn wahnsinn vielleicht soll ich doch mal da den dafür den Rinken nehmen der mich von hinten vielleicht schützt oder so keine ahnung äh wo haben wir den denn äh stärk abwehr gegen Stoßangriffe ähm feuer abwehr bis abwehr blablabla äh äh wo bist du denn verringert von hinten erlittenen schaden gut nehme ich den mal was habe ich denn jetzt dahinter ach da hätte ich einer bei mir fest und aussehen aber all der gute die rolle ich bin so lang jetzt mit der rolle aber laufen können wir noch so hat eben keine rolle ok das kommt noch mal ja und voll die ausdauer weg ich war der meinung ich war von vorbei aber ok Alter, was ist denn los? Ja, raus doch weg, Mann. Da mache ich mit dieser Waffe auch so wenig Schaden, ey. Das ist unglaublich. Also es gibt Schaden und so, aber ich könnte ja mal meiner Waffe Feuer verleihen. Wie wäre es denn damit? Kalte Wesen. Wo habe ich denn jetzt? Warte mal, das hier, ne? Warte mal, da warf ich vorübergehend Feuer, genau. Können wir ja mal. Alter, da muss immer Feuer, die auch da weg ist, ey. So, Alter, voll so viel zu fahren hier. Die sind ja nicht nur aus Eis oder sowas, die sind ja richtig so aus Kristall, ne? Ja doch. Und? Ja, von hinten, ha 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 ha. Ha 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 ha. Ja. So. Den einen Freitypen dauten, lass ich mal. So. Das sieht so komisch aus. Ich habe einen Geist hinter mir. Ähm. Oh, oh. Hau ihn weg. Ja. Nein, ich öffne, geht er nicht. Stulpen. Stulpen aus Amsterdam, aha. Ja. So. Dann. Genau, die ging ja nicht auf. Brauche ich da also jetzt erstmal wieder nicht hin. Da ging es auch nicht weiter. Ja, ist doch gut. So. Ja. So, warten wir, der auch wieder da ist. Und dann haben wir ihn nochmal. So. Kalte, äh, Dinger. Ja. So. Komm hier, wir trinken mal was. So. Alter, hier ist ein Unsichtbarer. Wir müssen einen Ring geben, der Unsichtbare sichtbar macht, aber. Hm. Gut, wo seid ihr denn? Da muss man so genau gucken, ob man irgendwo von Weitem was sehen kann, ey. Das ist ja Wahnsinn. Dann müssen wir mal die Dinger hier kaputt machen. Oh Gott, wir sind noch vorhin über diebzehn Minuten, ey. Ähm. Ja. Alter, das kommt durch mein Föld sogar durch. Ähm. Au. Da kommt er, da kommt er. Ja. Was hat er denn, ob ich da immer so reinhaut? Da hat er irgendwas getrunken, aber, wie es auch sah. Okay. Die kann man auch nur so benutzen. Äh. Äh. Hm. Ach, Mensch, Leute. Ich bin jetzt auch nicht viel weiter wie vorher. Und ich muss auch schon wieder aufhören. Dann würde ich sagen, höre ich hier erst mal auf. Und sage dann bis in der nächsten Folge. Bye, bye. Wüppeler. Und ich bin jetzt auch schon seitdem, ey. Dannosion.